Euline Kutrim-Schmidt sieht niemand an, dass sie aus einem Slum im Nordosten Brasiliens kommt. In der Schulaula erzählt sie ihre Lebensgeschichte. Seit wenigen Wochen ist sie Doktorin der Sprachwissenschaften. Dass sie überhaupt lesen und schreiben lernen konnte, verdankt sie einer kleinen Schule, für die in Münster seit 1968 gesammelt wird. Es war eine Schule, eine Missionsschule in Bacabal, im Nordosten Brasilien. Und ich bin zehn Jahre lang in diese Schule gegangen. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese sehr gute Schule in dieser armen Stadt im Nordosten Brasilien hatten. Die Menschen leben am Rande des Regenwaldes unter erbärmlichen Umständen. Euline wuchs als achtes Kind armer Eltern auf. Die Franziskanermönche errichteten hier ein Schulsystem. In Bacabal werden mehr als tausend Schüler in zwölf Zweigstellen der Schule unterrichtet. Ohne die Hilfe von außen würden diese Kinder analfabeten bleiben und vielleicht auf der Straße enden. Arm bedeutet ja nicht gleich dumm. Es gibt sehr viele intelligente Schüler, die dann auch weiter gefördert werden, sogar bis zum Hochschulstudium. Damit gefördert werden kann, veranstaltete die Hilde-Gardis-Schule heute einen Solidaritätstag. Schon Wochen vorher ist auf dieses Datum hingearbeitet worden. Die Schüler haben gebastelt, gekocht, gebacken und alten Trödel gesammelt. Und passend zur Saison wurden Christsterne verkauft. Einmal im Jahr wird das gemacht und da machen wir so Projekttage zu und sehen dann auch einen Film darüber. Und jetzt an diesem Tag hier heute wird das dann halt verkauft und gespendet. Und bei diesem Engagement ganzer Schülergenerationen kann sich das Ergebnis der Hilfsaktion sehen lassen. Zu D-Max-Zeiten waren das immer so 23.000, 24.000 in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren. 12.000 Euro dürften auch in diesem Jahr zusammengekommen sein. Ob Cocktails oder brasilianische Speisen, die Schüler haben sich viel einfallen lassen. Selbst Kampftänzer der Indios standen auf dem Programm, vorgeführt von Schülern. Ich bin sehr dankbar, alles was die Schule für mich gemacht hat, die Basis, die ich in dieser Schule bekommen habe. Deshalb bin ich hier heute, um dankbar zu sagen. Der Solidaritätstag der Hildegardisch-Schule, ein Projekt, das Schule machen sollte. Früher gab es das mal an jeder Ecke, auch hier im Münsterland, ein Ort.